Hallo Internet und Willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, in Arkham ist Partystimmung, wie wir sehen. Der Joker hat etwas ganz Fulminantes für uns vorbereitet und das heißt, wir nähern uns mit ganz großen Schritten dem Ende des Spiels und ihr seid bestimmt alle gespannt wie ein Flitzebogen, was denn jetzt hier nur passiert und deswegen geht es ohne Umschweife weiter. Na Leute. War hier noch irgendwas in diesen Häusern? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ah ja, da kann man auf jeden Fall nochmal so ein Schloss knacken. Es ist die Rätselzeit. Elektrischer Sequenzerzeit. Ah, geht doch. Mal sehen, was sich hier befindet. Lothar evident. Kann man hier eventuell nochmal was scannen. Ja, nehmen wir weiter das Auge an der Wann sind zwei. Da war ich zu langsam um das zu lesen. Okay, schade. Aber wie liegt ein Tonband? Ich war ein Idiot. Joker steckt dir hinter an. Er ist Jack White. Er gab mir Geld und zog die Fäden bei Banes Freilassung. Wie konnte ich so blind sein? Er hat mich erpresst. Er hat den verrückten Plan, eine Monsterarmee zu erschaffen. Ich wollte aussteigen, aber... Hallo? Hallo? Dr. Youngs Büro. Bitte warten Sie auf Mr. White. Was? Hallo, Doc. Wir müssen reden. Ich mach das nicht, Joker. Hast du mich gehört? Warte mal. Wie bist du an das Telefon gekommen? Oh ja, tut mir leid, Doc. Ich muss da abhauen. Ich hasse kleine, beendte Räume. Die erinnern mich an meine Kindheit. Noch eine Lüge? Wer weiß. Ich sicherlich nicht. Aber lassen wir uns nicht von Details ablenken. Also, jedenfalls will ich meine Monster. Ich hab dir das Geld zurückgeschickt. Ich will es nicht. Wie? So aus, als ob ich mir Sorgen um Geld mache? Ich will nur meine Monster, Doc. Und wenn sie sie mir nicht geben, dann wird das nicht witzig. Ja, dumm gelaufen. Wer sich einmal mit dem Joker einlässt, dem sollte klar sein, dass es da kein Zurück mehr gibt. So, und jetzt schauen wir aber noch mal schnell auf die Karte. Zellenblock hat er gesagt, das ist schon gut. Achso, okay. Das heißt, ich muss da lang? Okay. Ich habe nicht die beste Orientierung, wie ihr seht. Ich wäre ein Erdkunde immer scheiße in der Schule. Also laufen wir hier mal erstmal. Hier lang. Da ist immer noch dieses eine Rätsel hier, was ich bisher immer noch nicht gelöst habe. Das ist auch merkwürdig. Und ich sehe gerade, dass hier noch so ein schöner Lüftungsschacht ist. Na, da wird er zu fehlen, ne? Was man hat, das hat man. Und das sieht ja noch nach sehr vielen netten Leuten aus, die da direkt schon auf Batman warten. Okay. Jetzt sehen wir auch, was die guten Herrschaften das Spiel über hier immer wieder gemacht haben. Sie haben ein bisschen gewerkelt und diese schöne Fassade gebaut. Auch ganz lustig, ey, mit seinem Schild Monster Sale. Nur Gästeliste. Wenn Ihr Name nicht auf der Liste ist, kommen Sie nicht rein. Mal sehen. Ah, nein, ein falsches. B. B. Bain. Ah, hier steht's. Batman. Hey, sieht aus, als ob Sie der Ehrengast wären. Ja, weißt du was? Heißt ihn herzlich willkommen, Juck. Halt's Maul. Achtung! Halt's Maul. Halt's Maul. Ah, im Gewüsch! Menge ich dich nieder! Klappe zu. Ja, die Jungs haben sich so viel Mühe gegeben. Er hat sogar einen echt feschen Hut auf. Aber das hat ihnen nichts genützt. Das ist wahrscheinlich eine blöde Idee, aber ich mache es trotzdem. Wollen wir erst mal sehen. Ah, scheiße. Ja, das hätte bisher schon auf die Maler laufen können. Das käme die ihm, ey. Ja. 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 Ich bin jetzt aber auch so nett. Das ist es aber eigentlich auch Wert gewesen. Batarang Kraft? Nein, haben ja nicht mehr viel dadurch zu upgraden. Ich denke, mache ich mehr mit den Batarang mit mehr Durchschlagskraft. Weil der Rest bringt uns, glaube ich, nicht mehr so viel. Ja, das ist ein ganz schönes Capgep. Hier sind wir wieder zurück im Besucheraum. Und der Joker hat sicherlich etwas Schönes für uns vorbereitet. Bist du aufgeregt, Batman? Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet. Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast. Ich schon, ich war außer mir vor Freude. Überraschung! Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Echt, das wird ein Kracher. Zehn, neun, acht, sieben, sechs und vier, drei, zwei, eins! Ich glaube, Batman hat morgen echt heftige Kopfschmerzen. Aber eigentlich hätte er ja damit rechnen müssen, dass sowas passiert. Ich meine, er und der Joker kennen sich jetzt schon ein paar Tage mehr. Wieso hast du Batman nicht gestoppt? Ich? Es war dein Plan, du alberner Clown! Ich schicke dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst! Du musstest alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Krog verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist! Und alle meine schönen Wellenpflanzen ruinieren! Es ist vorbei, Joker! Vorbei? Wieso, mein Lieber, vom Wahn besessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal... Nicht mal! Joa, das ist nicht ganz so gut. Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, ich sehe nichts! Ah, fuck, 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 fuck! Ich darf nicht zu viele Sachen auf einmal machen! Wow, wow, wow! Die Kameraführung ist grad ein bisschen scheiße! Ich glaube, ich sollte mich lieber nur um die Großen kümmern. Weil der Rest erledigt sich vermutlich von alleine. Oh, wie beim Billh, komm gleich, komm gleich. Klatsch, komm her, komm her, komm her! Oh Gott, das sieht echt schlecht aus. Oh, verdammt! Aber gut, jetzt weiß ich ja wieder, was mich erwartet. Und damit kann ich arbeiten! So, auf ein neues. Ja, das war gut. Das ist eher nicht so. Ah, fuck, fuck, fuck. Also, zwei auf einmal von den Eumeln hier ist schon nicht ganz so einfach. Schnell, 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 ich muss zu dem Typen hin. Ah, geht mir aus dem Weg, Mann. So, hau's euch bitte gegenseitig um. Ah, 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 ah. So. So. Wir haben halt eine echt große Reichweite, die Klopskerle hier. Nicht auch. So, Ruhe im Karton, jetzt fehlt noch der andere. Hinter, hinter, schla, schla, schla. Nein! Komm schon, komm schon! Komm schon! Gleich bist du down. Bam! Geht's dir gut? Puh! Gut gemacht, Batman! Du verdienst einen Preis! Dein alter Freund der Kommission of God! Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen! Nein! Batman! Raus damit! Oh, jetzt geht's los! Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder! Du widersetzt dich der Veränderung! Das ist nicht ernst! Komm schon! Gib auf! Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache! Hilfe! Du ruinierst mir meinen großen Abend! Du hast Monate der Planung zunichte gemacht! Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen! Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist, während du blutend in einer Ecke vor dich hin kicherst! Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Shit just got serious. Schöne Grüße Gotham, hier ist Joker. Arkham gehört mir. Bald schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams frei laufen lassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hausdächer und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures gelebten dunklen Retters. Wir haben den Turm umkreis seit wann sie darf Joker für seine Aktion durch. Showtime, Batman! Gib den Krüppelwass, wie man sie quatschen kann. Zwei Freaks in einem Kampf auf Leben und Tod. Wollen Sie uns für eine einzige Nacht? Heißen Sie bitte unseren außergewöhnlichen Gastschiedsrichtern, wir können! Na los, komm schon! Verändere dich! Komm durch! Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen! Du weißt, du willst es. Niemals! Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwenden? Na, das ist doch mal witzig! Sehr witzig! Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdrungen. Dafür werde ich Arke mit deinem Blut bemalen. So, drei Sachen. Erstens, Scheiße ist der hässlich. Zweitens, das kann nicht gesund sein. Und drittens, mache ich hier einen schönen Cliffhanger. Ja, denn wir sind über der Zeit. Das Ganze will sonst natürlich wieder viel zu lang. Und es gibt euch natürlich auch ein stärkeres Bedürfnis, dann den letzten Teil von meinem Let's Play anzusehen. Deswegen klickt das nächste Mal auch rein, wenn es dann um die Wurst geht, möchte ich sagen. Und ja, bis dahin sage ich Tschö mit Ö!